Amo? Keine Amo? Ne, behalten wir so. Ein Falchion. Nett, aber halt auch. Wobei, hier ist der Falchion. Einhänder. Kann ich die Faserputt machen? Kann ich wieder hochgehen? Ja, nein, vielleicht. Okay. Opa, wir kommen gleich zu dir runter, gell? Ich möchte erst noch gucken, ob deine Handlanger was für mich haben. Guck mal, hier sind noch ein paar. Ja. Ja. Es wird langsam dunkel hier. Sieht man das Bild noch gut im Stream oder soll ich versuchen, ein bisschen heller zu machen? Es ist ziemlich dunkel. Äh, Video und Grafik. Mal gucken. So besser? So soll es angenehmer sein, oder? Also zum Gucken. Okay. What? Yeah. Alright. What? 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 Nix da, Jubel-Dai. Ich glaub, es hackt. Blödes Brummkreisel-Männchen. Hätte der Typ mich fast töten am Ende auf dem Level. Also ich glaub, es wird Zeit, wir nehmen die Kiel-Regeneration. Ich glaub, es wird zwar jetzt, dass wir ja, Alfa-Bipschi, kommen wir denn jetzt wieder zurück? Hallo? Ich würde gern wieder nach Hause. Ich bin fertig. Dann schon durch. Gibt's hier auch kein... Hallo? Hier kann ich bestimmt wieder hochklettern, aber auch... Gibt's hier auch kein... Stein? Fortstein? Ja? Nein? Vielleicht? Ah, das ist der N. Danke für die Hilfe. Appa! Appa, wir haben deine Bären. Guck mal! Eigentlich möchte ich gleich wieder fischen. Die weg. Erstmal möchte ich gucken, was wir hier jetzt entgekommen haben. Ein Helm. Mit Gesundheit. Ziehen wir doch mal an. Ein Schild. Guck mal, hier oben ist ja der neue Dut. Helibade. Zweihänder. Axt. Bonus-Attack-Speed. Schlechter, 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 schlechter. Könnt ihr aufhören, mal mit dem Hintern rumzuschleiden? Das wäre sehr liebenswürdig. Willkommen zurück, mein Freund. Was kann ich für dich tun? Du kannst mal meinen Müll entgegennehmen. Ach, guck mal, wir haben noch eine Heizkette bekommen. Äh, hier. Heal and Crit. Jetzt haben wir schon 140 HP fast. Aber das sollte es doch jetzt dann gewesen sein, oder? Lightning, Mana-Steel, Finger haben wir keine bekommen. Zumindest sehe ich keine. Willkommen zurück, mein Freund. Was kann ich für dich tun? Äh, du kannst mir etwas abkaufen. Das, 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 das. Shut up and take my money. Ach, nee, äh, take my shit. Verkaufst du mir jetzt meinen eigenen Scheiß wieder? Ja. Okay, merke. Erst gucken, ob die Frau was für dich hat und dann den Scheiß verkaufen. Sonst verkaufst du dir deinen eigenen Scheiß wieder. Oh, Heal and Magic, Freund. Das nehmen wir. Jetzt sagt mir nie, ich hab dir das Schild verkauft, weil ihr euch anziehen wollt, oder? Willkommen zurück, mein Freund. Was kann ich für dich tun? Ähm, du darfst meine Handschuhe bekommen. Und ich hätte von dir gerne das Schild. Was ich... ...doberweise an die verkauft habe. Willkommen zurück, mein Freund. Was kann ich für dich tun? Ja, das ist ein altes Schild. So, was haben wir denn hier? Wer bist du denn? Companion Shop. Okay. Na gut. Jetzt habe ich hier so ein Dulli mit dabei, oder? Doch, gehe ich mal von aus. Dulli, kommen Sie mal mit. Ah, unten links sehen wir Dullis HP. Wir nennen dich Bob. Bob, komm mit. Äh, Quest. Wiederbord. Trainingspuppe. Äh. Ja, guck mal. Hier kann ich einstellen. Ja, wir starten mal die Quest hier. Eliminier den Boss. Danke, Nightbot. Aber da machen wir gerade mal... Äh. Hier. Zack. Oh, jetzt habe ich zwei Companions. Kann ich euch auch irgendwie befehlen? Kann ich dich kaputt machen? Nein. . Boop, 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 boop. Oh, das ist die Magic Casterin. Finde ich cool. Und wie schlägst du dich? Nicht gut, okay. Also das finde ich cool. Aber, Jungs und Mädels, wir gucken mal kurz hier hinten nach. Ist das hier noch was, ist nicht? Aber, das sieht nicht so aus. Zwei Charmantien, die sich heilen, okay. Ja, kann ich mir, glaube ich, geileres vorstellen. Ach, den Loot sammelt die aber nicht ein, oder wie? Ach, guck mal, da sind sogar Fallen im Boden. Ach, wie mies ist das denn bitte? Ach, guck mal, da sind sie. Haben mich in die Dungeon-Falle reingelaufen. Sehr schön. Ah, sehr schön. Die Companions heilen sich also auch von selbst. Das ist gut zu wissen. Sonst müsste ich hier irgendwann dauernd wieder spielen. Ich habe jetzt gerade einfach eine Mission vom Niederbord angenommen. Also, ich will einfach zum Niederbord hin und habe links die Mission angenommen. Oh, da war eine Falle. Schön, dass du sie ausblößt hast, nicht ich. Oder war auch eine Falle? Weil ich mal wissen wollte, was das halt macht. Ich muss ja sagen, gibt hier schon einen Haufen Loot, nicht? Oh, hier kommen ja gar mehr Fallen. Ist das gemein. Du musst ja richtig gucken, wo du hinrennst. Gibt es eine große Map? Ach, guck mal, es gibt eine große Map. Okay. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Was habe ich denn da hinten vergessen? Kann ich das markieren? Da habe ich Zeug vergessen. No. Loot. Warte mal gucken. Ja, ich habe noch ein bisschen Platz. Ach, guck mal, hier kannst du auch. Muss ich die jetzt auch wirklich anvisieren? Ja, doch. Ach, ist das cool. Wee. Was bist du denn? Was war das denn für ein Viech? Ach, mei. Ist das bützig. Ich hätte es ja gerne mal angefasst. Hallo, Honky. Wee. Da sind zwar Feinde, aber... Compendients. Da seid ihr. Ah, ich kann also nicht Schnellschuss machen. Ich kann also nicht nur... Pflüpp. Bogen joggen. Heute Ringfit mit Bogen joggen. Ob es dann auch Armbrüste gibt. Ist die Frage, wenn hier jetzt der Boss kommt... Muss ich da reintreten? Teleportiert zu dem Boss, Lea. Okay, da geht's zum Boss. Ja, wir können ja mal gucken. Gucken wir doch mal durch. Was wir gerade so bekommen haben. 16, 20. Ne. Ne, 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 ne. Wir müssen gucken, dass unsere Rüstung oben bleibt. Weil es hilft mir nichts, wenn ich, äh... Sehr viel Loot bekomme. Dafür aber, sobald ich einen Hitkassierer aus den Latschen kippe. Sechs Armory. Nein. Zwei Health. Zwei Bonus Damage. Hört sich gut an. Was hab ich denn hier? Manastil Staminas. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Crid Shores. Crid Shores. Nein. Minus zwei Damage. Lass mal stecken. Na gut, das kann man nie wissen, ob da, ob da ein Limit kommt. Vielleicht gibt es schon eins und wir haben es bloß noch nicht gefunden. Okay, hier geht's dann weiter. Wiii. Aua. Schön, dass du da auch noch mal reinrollst. Finde ich sympathisch. Und noch mal rein. Weil es so schön war. Nein. Nein, oder? Alter. Wenn du überladen bist, wirst du verlangsamt. Okay. Drop. Die Zauberstäbe und die grauen Waffen kann ich eigentlich rausdroppen. Okay. Damit ist eigentlich diese Erkundung... Aua, 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 Aua. Abgeschlossen. Wir müssen in den Bossraum, weil wir sonst überladen sind. Eih, schade, weil die Fläche ist hier noch riesig. Guckt es euch an. Hört sich die Frage, ob man alles wirklich erkunden kann. Nicht? Aber jetzt machen wir mal den Boss. Wir heilen uns gerade noch hoch. Gucken gerade mal bei den Talenten. Request. Ach, da müssen wir erst den Trainer aufsuchen. Okay. Okay. Bonus, Journal, Quests, Stats. Talente. Abfahrt. Buh. 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 Da hat gerade einer die Auto-Alone rausgelöst. Lauf doch. Mein Gott. Wo ist er denn? Da. Das stelle ich mir dann auch cool vor, wenn du wirklich drei Companions hast, die alle nur Bogen haben. Du stellst dich einfach nur hin und schnetzelst da durch, oder nicht? Wieso sind wir jetzt schon wieder überladen? Kann ich kein Agility-Points, Mana-Rack. Meck, meck, meck. Das Mana, das muss weg. Hier. Neckl. Drop. 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 Gibt's hier hinten noch was? Ne, oder? Doch, da gibt's noch ein Modus. Modus! Fängt Rollen mehr? Nein. Ich bin überladen und kann den... Kann nicht rollen. Das ist die Pagorps, spielt da auch sowas wie... Jungs und Mädels, in euch steht ein Feind drin. Ach, der steht da unten. Äh, Attack Speed, Tempec Reflection and Heal. So, das nehmen wir doch. So. Ab nach Hause. Auf zur Händlerin. Äh. So, wo ist der Lockpick, Knilch? Halt. Müssen wir doch mal laden, oder? Ja. Guck mal mal. Magic. Gekauft. 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 Willkommen zurück, mein Freund. Was kann ich für dich tun? Gekauft. Erstmal möchte ich gucken, was du hier wie ihr Neues hast. Nein, nein. Heiltränke. Ja, nehme ich. Hast du nur ein Patschehändchen für mich? Nicht wirklich. Nein, nein, nein. Willkommen zurück, mein Freund. Was kann ich für dich tun? Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich dir mein Müll nicht verkaufen? So. Was bist du denn? Du bist Bauer. Du bist auch Bauer. Du bist Quest-Type. Ach, guck mal. Hier. Jetzt habe ich einen Ranger. Ein Assassine? Sehr assassinhaft. Also. Wie du deine untere Körperhälfte verschwinden lassen kannst. Hallo, Zana. Also. Wow. Du bist. Epic. Was kann ich denn hier? Wahrscheinlich verwundet. Was habe ich denn hier oben da? Hallo? Hallo? Ich will da hoch.